Thorsten packt mal wieder ein Fisch. Diesmal wohl ein Ei. Kein, wollte ich sagen. So einen leckeren Lumpen ist noch da, sagt er. Hallo Thorsten, es freut uns. Wir haben jetzt 8 Uhr und Thorsten ist immer noch großer Freude. Um 3 sind wir aufgestanden, hat er gesagt. Wer hat die Angel fertig gemacht? Nein, darum fangen wir nicht. Das sollst du doch gerade nicht sagen. So sieht es aus, wenn man nichts angelt. Wir haben hier keinen Ausschlag. Wir freuen uns schon auf den nächsten Kribberlick. Guck mal, er hat einen Ausschlag. Und hier sind wir wieder. Nach ungefähr 2 Minuten Kampf. Leider sieht man hier nichts. Wir haben hier so eine tolle Morgensonne. Muss das gerade auch für Aufnahme sein. Thorsten ist gespannt. Der Fisch. Die Angel tut sich nichts mehr. Haben wir einen Fisch noch dran? Oh, der schlägt doch noch. Jetzt geht er nach da. Da kann ich ja, du hast nicht. Der geht aber nach hinten weg, oder? Oh, ein Lumpen. Oh, ein Lumpen. Was ist das, was du willst? Oh, ein Schweinchenlumpen. Oh, ein Schweinchenlumpen. Oh, das ist gerade ein. Oh. Ich sehe nichts. Wo ist er denn? Ah, der dicke Schwein. Ein Lumpenlumpen. Wenn die Sonne nicht so blenden würde. Da kommt er. Dickes Lumpenlumpen. Ein Schweinchenlumpen. So, ein Lumpenlumpen. So, das ist er. Ich mache noch eine dicke Bauchaufnahme. Der macht jetzt eine Rolle.